Pankl und Föst melden Kurzarbeit an. Jetzt ist das Coronavirus auch in der heimischen Wirtschaft endgültig angekommen. Was viele schon befürchtet haben, wurde gestern Realität. Pankl gab gestern bekannt für alle österreichischen Werke, Kurzarbeit angemeldet zu haben. Allein in Kapfenberg und Bruck sind 1.100 Mitarbeiter davon betroffen. Und auch die Föstalpine zog am Abend nach. In einer Presseaussendung informierte der Vorstand darüber, nicht nur in den Unternehmungen in Österreich, sondern auch in 50 weiteren europäischen Konzerngesellschaften auf Kurzarbeit überzugehen. Grund dafür ist auch hier der abrupte Rückgang der Kundennachfrage. Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner erklärt, das neue Kurzzeitarbeitsmodell der österreichischen Regierung sei eine gute und sinnvolle Maßnahme dafür, hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern halten zu können.